Hier präsentieren wir die 5 besten Akku-Rasenmäher-Test. Lass uns anfangen! Liste zu starten Nummer 5, Gartenteile Akku-Rasenmäher E-Mov 300 ECO. Mit einer optimalen Elektromotorspannung von 36 V und auch im Leerlauf der 3100 Transformationen-Mien, E-Mov 300 ECO Schnurlose Rasenmäher für einen exzellenten Preis von Amazon.com und eine Reihe von anderen Händlern angeboten. Der Hersteller setzt auf gemeinnützige reduzierenden Breite 37 cm, um sicherzustellen, dass sie eine ausreichende Oberfläche einfach miteinander arbeiten können passieren. Die effektive 36 Volt Lithium-Ionen-Akku 2,6 Ah bietet ebenso einen ständigen Lid, der den bestehenden Kostengrad angibt. Dank intelligentem Power-Management-System ist es auch einfach zu verschiedenen Moduses Opa-Anti im Garten zu holen. Nummer 4, Bosch Akku-Rasenmäher Rotak 430 Li Wenn das Modell aus der Rotak-Serie von Bosch, die Ihnen aktuell zur Verfügung gestellt haben, nicht genug für Sie ist, danach konnte der Rotak Li 430 Akku-Mäher für Sie besser sein. Denn dadurch erhalten Sie eine viel größere mit 50 L größere Catcher sowie als ebenfalls zwei mitgelieferten Batterien, die Sie, größer bearbeiten können auch Werften. Entlang der Wände, Betten und Hofkanten können Sie idealerweise mit dem Bosch Akku-Rasenmäher Rotak Li 430 arbeiten. Dies ist sichergestellt durch den längeren Rasenkamm sowie die besonders erstarrten Klingen, die Bosch aus Stahl macht. Bemerkenswert ist die Höhe schneiden, die mit einem Hebel in insgesamt sechs verschiedenen Stufen zwischen 20 sowie 70 mm geändert werden können. Für mehr Informationen, überprüfen Sie die Beschreibung unter dem Video. Halbzeit unserer Liste Nummer 3, Einhell Akku-Rasenmäher GE Zentimeter 33 Li Power X-Change. Auf der anderen Seite, wenn Sie die Prämien-Gartengeräte und Werkzeuge der renommierten Hersteller einhell, wie dann das Modell kann GE Zentimeter 33 vielleicht zusätzlich für Sie sein. Diese Top-Not-Knurrlose Rasenmäher-Bewertungen-Punkte für seine Effizienz und auch modernste Lithium-Ionen-Innovation. Insbesondere im Vergleich zu den bereits angebotenen Designs eignet sich dieser einzigartigen Rasenmäher für größere Rasen für bis zu 200 Meter. Der 5-stufigen Schneidenhöhenänderung kann zwischen 25 und auch 65 mm geändert werden. So dass es kein Problem überhaupt Haltung, dass Sie genau die richtigen Rasenhöhe mit dem Einhell Akku mehr GE Zentimeter 33 festlegen können. Darüber hinaus kann die Führungsschiene zusammengeklappt werden. Die bietet den Vorteil einer platzsparenden Stauraum in das Werkzeug. Das für Euch vergossen. Nummer 2, Bosch DIY Akku Rasenmäher Rotak 32 Li. Im Bereich der Rasenmäher offensichtlich, der Lieferant Bosch geht nach Hause und liefert auch bei der Serie Rotak auch eine entsprechende Hofgerät, welches mit einem Premium-Batterie ausgestattet ist. Dies ist die Version Rotak 32 Li Akku Rasenmäher, die er zu angeboten wird, bietet ein hoher Preis noch einige attraktive Features. Vielen Dank an das Leao der Rasenmäher und auch besonders gehärteten Stahlklingen, ein idealer Schnitt an der Seite Ihres Gartens im Garten ist möglich. Ebenfalls sehr praktisch ist die Änderung der neuesten Erhebungen, die in 30 machbare, 45 sowie 60 mm, DH3 verschiedene Schritte. Wie ist normal das ein Akku Rasenmäher? Bietet die Bosch DIY Rotak 32 Li profitieren alle Vorteile ein solches Instrument im Garten. Und die Nummer 1 unserer Liste. Makita DL-M380Z Akku Rasenmäher. Für die umweltfreundliche sowie an die genauen gleichzeitig kostensparende Rasenmäher zusätzlich das führende Modell, die, das DL-M380Z des renommierten Herstellers Makita vorgeschlagen wird. Dieser hochwertige schnurlose Rasenmäher beinhaltet einen 2x18V-Akku, der ausreichend Leistung bietet. Makita nutzt die DL-M380Z-Schnurlose Rasenmäher mit einem zweistufigen Flexible Lenker, eignet sich für meist alle Kunden im Hinblick auf Körperdimension. Die zentrale Schnitthöhen-Einstellung Höhe kann ebenso in insgesamt 5 verschiedenen Stufen eingestellt. Für mehr Informationen, überprüfen Sie die Beschreibung unter dem Video.